Hey Töchterchen, bitte wundere dich nicht, falls wir zu spät kommen. Dein Vater war gestern Nacht unterwegs und hat viel getrunken. Auf jeden Fall hat er einen ziemlichen Durchfall und stirbt gerade 1000 Tonnen neben mir. Fahre extrem langsam, Bussi Mama. Und zu mir sagen, ich bin die Boshaftigkeit in Person.